Ich will das Wohlgefährdung sagen. Seit nun mehr als einem Jahr leben wir im Ausnahmezustand. Jetzt hat es aber einen Punkt erreicht, der nicht mehr akzeptiert werden kann. Unsere Kinder werden seit fast 14 Monaten ein nicht unerheblicher Anteil einer Kindheit hochgradig, unnötig, physisch und psychisch geschädigt. Es ist geradezu schockierend und erschütternd, woran sich viele Eltern, Erzieher, Lehrer und Schulleiter beteiligen. Kinder werden Masken aufgesetzt. Sie müssen sich der Testpflicht beugen und einen unmenschlichen Abstand zu ihren Freunden und Klassenkameraden einhalten. Empfindungen und Bedürfnisse werden somit einfach unterdrückt. Schuldgefühle, irgendwas falsch gemacht zu haben, ob es nur der Abstand oder der verrutschten Maske lag, die quäle die Frage, ob man die Freunde oder Familie angesteckt hat. All das macht unsere Kinder psychisch dran. Das macht meine Ohren mehr als。」 So, jetzt ist es wichtig, mit euch etwas singen, könnte man sagen, oder ein Sprechkorps starten. Wir alle zusammen, wir enden jetzt den Lockdown! 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 Dann würde ich natürlich auch einmal anschauen, was auf sich hat, damit wenn man einen Menschen, ein Interview bekommt über neuneinhalb Minuten im deutschen Fernsehen. Wir alle zusammen, wir enden jetzt den Lockdown! Wir alle zusammen, wir enden jetzt den Lockdown! Ja, was gibt es noch zu berichten? Wir haben jetzt ja vor morgen Mahnwachen angemeldete mehreren Ortschaften. Das ist einfach mal nur so als Idee, weil, wie gesagt, man darf ja rund um die Uhr demonstrieren, auch in der Ausgangsstelle ist das erlaubt. Und daher kam die Idee, ob wir denn nicht von 21 Uhr bis 24 Uhr Mahnwachen in unseren Ortschaften anmelden. Das war jetzt ganz interessant wieder, wir haben ja eigentlich nur eine Verordnung, die gilt ja immer noch, aber sehr unterschiedliche Genehmigungsbehörden. Ostalbkreis zum Beispiel hat komplett alle verboten. Wir haben nur Mahnwachen angemeldet, 10 Personen, und die wurden pauschal verboten. Begründung stand dann drinnen, ich wäre dann das zentrale, was haben Sie formuliert, die zentrale Stelle Querdenken 7171. Ich habe noch nie eine Demo mit Querdenken angemeldet, also von daher völlig irre, die Begründung da drinnen. Und auf jeden Fall nicht erlaubt, also in der Ostalbkreis ist das Grundrecht auf Demonstration ausgehebelt. Der Jurist Dr. Bläse hat sich vom Boden der Rechtsstaatlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit hat er verlassen. Und es gibt keine Demonstrationsmöglichkeit mehr im kompletten Kreis. Das war die schlechte Nachricht, aber es kommt die gute. Heute, die ich genau die gleiche Mahn mache, ist zum Beispiel in Alsdorf und in Bergländen auch 10 Personen angemeldet, genehmigt worden. Ohne Probleme, ohne Maske. Wie viel Scheuer ist das denn? Ich frage mich allen Ernstes, wir haben eine Verordnung. Es kann doch nicht angehen, dass jedes Amt, jedes Landratsamt, das anders entscheidet, oder jede Kreisstadt, die ja auch Genehmigungsbehörde ist. Das kann nicht sein, das ist ein absolutes Unding. Entweder wird es genehmigt oder es wird nicht genehmigt. Aber es kann nicht angehen, dass zwei Kilometer weiter, wenn man die Kreisgrenze überschreitet, auf einmal demonstrieren nicht mehr möglich ist. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Nach der Nachgang zur Gehebung der stationären Versammlung am Morgen Freitag auf dem Markplatz in Backnang wird Ihnen noch das angeordnete Verbot auf Durchführung eines Aufzugs durch die Backnager Endstadt übermittelt. Bitte geben Sie das Verbot vor Beginn der stationären Versammlung den Teilnehmern bekannt. Ich habe es jetzt auch hinterher auch nochmal gemacht, hatte Sie mich nochmal darum gebeten, mache ich natürlich gerne. Vielen Dank, dass Ihr so zahlreich hier erschienen seid, hier in Backnang. Danke Euch! everybody. 誰 o Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020